Das ist selten. Am Donnerstagabend konnte man auf Holy Island in England Nordlichter beobachten. Sie entstehen durch elektrisch geladene Teilchen von der Sonne. Das Magnetfeld der Erde leitet sie zu den Polen hin ab. Dort ist das Magnetfeld schwächer und die Teilchen können einströmen. Wenn sie auf die erdeigenen Atome treffen, entsteht das Leuchten. Deshalb sieht man sie vermehrt in den Polarregionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017